Wenn ich zum Broker gehe, muss ich immer alles ändern. Nein, musst du nicht. Hallo zusammen, mein Name ist Alessandro Costanzo. Ich bin der Geschäftsgründer von Versicherungspartner Costanzo und ich zeige dir auf, dass du bei einem Broker nicht alles ändern musst. Wir werden von den Gesellschaften entschädigt, wo der Kunde bereits die Versicherung hat. Zum Beispiel bist du bei der Hausrat, bei der Basler, bei der Auto, bei der AXA und hast die Vorsorge mit der Zürich Versicherung. Jetzt ist es so, wenn du nach dem Erstgespräch bei mir sagst, hey doch Alessandro, ich will dir das alles übergeben. Vielleicht wollen wir etwas ändern, vielleicht auch nicht. Aber dann habe ich etwas von den Versicherungen, die du bereits schon hast. Das heisst, ich habe keinen finanziellen Anreiz, um zum Beispiel deine Versicherungen zu wechseln, wenn du sagst, ich bin happy mit ihnen. Mein Job ist, als Broker grundsätzlich für dich da zu sein, wenn du Probleme hast, wenn du einen Schadenfall hast oder auch, wenn du gerne eine Ausschreibung machen möchtest, dass wir auf alle Versicherungen auf dem Schweizer Markt zurückgreifen können und dir das bestmögliche Angebot präsentieren können. Also, wenn das Thema interessiert, melden! dass ich das Thema interessiert, wenn du gerne eine Ausschreibung verflucht bist, wenn du gerne guckst, dass du gerne in die Versicherungen nach Haco Und dann sagst du gerne mal, dass wir ihn geholfen haben. Untertitelung des ZDF, 2020